Morgen Leute 1100 Dezembermorgen und wir wollen euch noch mal ein Ghost Modell vorstellen. Es gibt ja relativ viele mittlere kleinere Modelle und die haben einfach mal die längste. Das ist die Ghost oder Evolution Ghost EMRL. Hat halt hier den ganz langen M-Lock. Die Waffe ist aus Polymer Kunststoff gefertigt, wie die ganzen Ghost Modelle, allerdings sehr hochwertig. Das Ganze sieht vor allen Dingen hier mit diesem, ich sag mal angedeuteten Hex Cut, das haben wir schon mal in einem anderen Video gezeigt, wirklich sehr cool aus. Der komplette Handguard ist aus Metall, Fläschhalter aus Metall. Dann haben wir hier oben eine durchgehende Rail im Metall und das Magazin ist Polymer und besonders hier Midcap 140 Schuss. Wir haben den nur vom Schützen bedienbaren Feuerballhebel, der aus Metall ist und wir haben hier unten die ganze Abzugseinheit hier aus Metall. Das 551 ist natürlich nicht dabei. So, dann haben wir hier des weiteren vorne zwei Flipcharts. Einen Flipchart und auch hier hinten, den man hier hochstellen kann. Der lässt sich hier in der Visierung noch auf kleines Ziel und großes Ziel verstellen. Dann ist der ansonsten hier auch in der in der Horizontalen verstellbar nach links oder rechts. Also uns gefallen ja die ganzen großen Modelle sehr gut, weil sie eben so ein bisschen futuristischer aussehen, eben durch diese besondere Bodyform. Das Modell selber, von den technischen Daten her, gehen wir gleich darauf ein und wir machen da gleich auch noch mal einen Schusstest und wir machen auch einen Chrono-Test. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt mal zu den technischen Daten. So, dann kommen wir zu den technischen Daten. Wie schon gesagt, die Waffe ist ein Mix aus Polymer und Metall. Metall Flash Hider, Metall Outer Barrel mit Messing Inner Barrel. Wir haben einen 6,01 mm Präzisionslauf drin. Wir haben hier ein M-Lock System. Wir haben ein Polymer Body, eine durchgehende Rail. Dann haben wir ein Polymer Magazin 140 Schuss. Der Stock fehlt jetzt, hat jetzt einen Grund. Ich mache jetzt hier gleich mal einen Trockenschusstest. Keine BBs im Magazin. Die Waffe ist mit Stock eingeschoben. 696 mm im voll ausgezogenen Zustand ist sie 778 mm, also schon recht lang. Die Waffe wird vom Werk ausgeliefert mit einer Reinforced V2 Stahlgearbox. Wir haben Stahlgears. Wir haben einen Piston mit Metallzähnen komplett. Wir haben einen ventilierten Polymer Kunststoffpiston Head und wir haben einen Metallzylinder mit einem Kunststoffpiston Head. Besondere an der Ghost ist ja, dass die jetzt mit ETU geliefert werden. Diese ETU hat im Prinzip den Trigger Response kontrolliert. Sie hat eine Cycle Control. Das heißt, dass im Prinzip die Gears immer wieder eine volle Drehung machen und wieder an der gleichen Stelle zum Stand kommen. Also alles das, was wir von der ETU erwartet. Dann haben wir hier auch noch einen Lipo Safe. Das heißt, die Waffe schaltet ab, wenn der Lipo zu wenig Saft hat. Ich habe jetzt hier hinten deshalb den Stock ab, um euch mal ein Ansprechverhalten zu zeigen. Wir haben jetzt hier einen 7,4er drin. Ich habe jetzt hier mal so einen Fuel Akku. Die kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Die haben zwar ein bisschen weniger Temperaturempfindlichkeit, 15C, aber die sind extrem klein. Und wir haben ja viele Modelle heute mit kleinen Stocks. Das ist ein 1200er. Der ist sehr klein. So, jetzt mal Ansprechverhalten 7,4. Das ist jetzt halt hier mit 7,4 Volt. Ich werde das Ganze jetzt nochmal mit 11,1er machen. Dazu habe ich jetzt hier einen Phantom Triple Stick, der im Übrigen hier hinten nicht wirklich reinpasst. Na, oder? Ja, man, doch, man würde ihn wahrscheinlich hier reinbekommen. Das ist jetzt ein 11,1er. Die ROV nimmt halt deutlich zu mit dem 11,1er. Und durch die ETU kann die das auch vertragen. Na, also wie gesagt, kann man ruhig mit dem 11,1er spielen. Und ich habe jetzt gerade auch keine Doppelschüsse festgestellt. Durch eben diesen Cycle Control bleibt die halt im richtigen Moment stehen. Und aus dem Grund, habt ihr immer gemerkt beim Triggern, sie ist ein bisschen langsamer, aber dafür bleibt sie immer perfekt stehen. So. Dann wollte ich nochmal kurz was zeigen. Und zwar hier ist ja das Evolution Magazin. Ich wollte was zur Kompatibilität sagen. Also eigentlich haben wir mit den Evolution Modellen recht wenig Probleme. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal, was haben wir hier? Das ist das als beliebte AmiBa. So, diese Allzweckwaffe ist wie immer. Das AmiBa wackelt komischerweise immer ein bisschen, feedet aber immer. Und passt eigentlich in jede M4. Da haben wir noch nie Probleme mit gehabt. Und dann habe ich noch hier auf der Seite. Ein großes. Das ist ein 160 Schuss. Entschuldige, dass ich jetzt hier ein bisschen fummeln muss. Aber man hat nur zwei Hände. So, das ist jetzt ein Battle-X. Das ist ein 160 Schuss Magazin. Rastet ein. Wackelt auch ein klein bisschen, aber es feedet. So. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal einen Schusstest und den Kronotest. Und sehen uns dann gleich nachher wieder zum Fazit. Kronotest. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, wir werden jetzt hier mal einen Schusstest machen auf ungefähr 20, 25 Meter. Ich denke mal eher 25. Ich habe den 11.1 jetzt mal drin gelassen vom Ansprechverhalten. Und heute, da ja oft viele Leute meckern, ich probiere das jetzt einfach mal. Wir haben jetzt heute vom Wetter her eigentlich was zum Beschlagwetter. Ich probiere es jetzt trotzdem nochmal mit der Schutzbrille. Und ich habe jetzt hier die X800 übrigens von Bolle und habe auch hier den Brilleneinsatz drin mit Sichtstärke. Also so ein Einsatz mit Sichtstärke kostet vielleicht 50 Euro. Also der Einsatz kostet 10 Euro und die Gläser haben in Kunststoff ungefähr 40, 45 Euro gekostet. Also es kostet nicht die Welt und dafür habe ich aber meine Augen super geschützt. Die Bolle ist auch hier oben ventiliert. Das heißt also eigentlich sollte sie vielleicht, wenn ich Glück habe, jetzt nicht beschlagen. Ich habe hier auch keinen Beschlagspray drauf gemacht, um mal zu testen, wie es damit ist. So, dann wollen wir mal den Schusstest machen. So, ein Auto. So, dann wollen wir mal unseren neuen Chrono ausprobieren. Ihr seht, das ist der Speckner Arms Chrono Bluetooth mit dem Display oder der App auf dem Handy. So, dann wollen wir mal gucken. Einzelfeuer, mal gucken, wie die Leistung ist. 0,35, das ist ein bisschen wenig. Da muss man, glaube ich, noch mal eine andere Feder setzen. Aber dafür haben wir ja unsere Leistungsupdates. So, und dann wollen wir mal gucken, was die Rof kann. Wir spielen jetzt hier mit 11 Einsern. So, und dann würde ich sagen, zurück zum Fazit. So, zum Fazit der Ghost, wie alle Ghost-Modelle. Ihr habt gesehen, ich habe die jetzt mit 0,37 so um den Dreh gekrondet. Das wäre zum Beispiel so ein Modell, wo wir jetzt generell ein Leistungsupdates machen würden. Wo wir einfach sagen, da würden wir jetzt eine andere Feder einbauen, vielleicht ein anderes Hop-Up einbauen. So, dass die einfach von der Präzision, von der Reichweite und so besser ist. Ansonsten würde ich sagen, ist das einfach für den Preis leistungsverhältnis hier ein super Modell. Und wir sind sehr zufrieden mit den Waffen. Und die kommen auch sehr gut beim Kunden an. Und alle Kunden sind damit bisher sehr zufrieden. Deswegen würde ich sagen, das kann man auf jeden Fall jedem empfehlen. So, und in dem Sinne würde ich sagen, noch einen schönen Adventstag. Vielen Dank. Vielen Dank.